Moin Flaks, hier ein kleines Transfer-Update. Gerüchten zufolge soll Salihamidzic, also Braco, beim FC Bayern vor dem Aus stehen. Intern brodelt es jetzt nach dem Unentschieden gegen Hoffenheim. Dann der Niederlage gegen City, gegen das Aus in Freiburg, da wird viel spekuliert. Nun heißt es, dass Hasan Salihamidzic seinen Platz räumen soll und darf gespannt sein, was da passiert. Ciao, ciao.